Also ungefähr sieben Tage, ja genau eine Woche ist es her und ja, ich werde hier leider nur einige Gameplays immer mal aufnehmen und euch zeigen und nicht let's playen, weil ich das Savegame nicht mehr zurücksetzen kann und schon bei Level, ich weiß gar nicht, 15 kann das sein, Level 15 bin und so wie es gerade aussieht, verträgt sich The Crew nicht so ganz mit Fraps, es gibt die gerade kurz rum. Oh klar, dann muss ich aber dann nochmal schauen, ich denke mal das geht fürs Erste, braucht sich nur, braucht nur so eine Eingebietung.